Die Aussicht ist extrem schön. Klassisch österreichisch würde ich sagen. Auf dem Platz ist es dann immer ein bisschen anstrengend. Wir haben zweimal trainiert. Zwischendurch hatten wir noch eine Session mit unserem Teamcoach mit Hinderk. Das war auch sehr gut. Also insgesamt viel los, aber aufgrund des Wetters und der Umgebung natürlich sehr gut aushaltbar. Ich glaube ich würde hier Wellness-Urlaub machen. Gerade auch bei uns sind es sehr gute Bedingungen dafür gegeben. Ich würde auf jeden Fall mal mit der Gondel auf den Berg fahren und dann auch wieder die Aussicht genießen und da was leckeres Essen. Also man muss natürlich schon sagen, dass die Intensivität hier relativ hoch ist und wir auch viele Einheiten haben. Somit hatte man eigentlich jeden Tag das Gefühl, ja einfach wirklich Bock haben zu kicken. Also man hatte das Gefühl, man hat immer Bock Fußball zu spielen mit solchen Voraussetzungen und Bedingungen, die man hier hat.